S.A.N. TV Warum feiern sie also ein heidnisches Fest, das überhaupt nichts mit dem Geburtstag des Propheten Jesus, Friede sei mit ihm, zu tun hat? Was hat der Weihnachtsmann mit Weihnachten zu tun? Der Weihnachtsmann basiert auf dem heiligen Nikolaus, einem Mönch im Jahr 280 NCHR, der für seine Frömmigkeit und Freundlichkeit bekannt war. Amerikanische Geschäfte begannen 1820 mit der Werbung für Weihnachtseinkäufe und in den 1840er Jahren wurde der neu populäre Weihnachtsmann vorgestellt. Warum also sagen sie ihren Kindern, dass der Weihnachtsmann lebt und ihnen Geschenke machen wird, indem er durch den Schornstein herunterkommt, wenn er doch tatsächlich eine fiktive Figur ist und überhaupt nichts mit dem Geburtstag des Propheten Jesus, Friede sei mit ihm, zu tun hat? Woher kommt der Weihnachtsbaum? Die Verwendung des Weihnachtsbaums wurde erstmals im 16. Jahrhundert von deutschen Lutheranern erwähnt. Aufzeichnungen belegen, dass 1539 unter der Führung des protestantischen Reformators Martin Busse ein Weihnachtsbaum im Straßburger Münster aufgestellt wurde. Die märischen Christen stellten brennende Kerzen auf diese Bäume. Warum stellt man also einen Baum auf und schmückt ihn mit Lichtern und Kugeln, wenn der Baum eigentlich überhaupt nichts mit dem Geburtstag des Propheten Jesus, Friede sei mit ihm, zu tun hat? Wird das echte Weihnachten bitte aufstehen? Ostern ist ein wichtigeres christliches Fest als Weihnachten, wird aber übersehen. Das heutige Weihnachten ist ein rein kapitalistischer Feiertag, der die Konsumgesellschaft feiert, die unseren Planeten zerstört, indem sie Geld für Geschenke ausgibt und Materialismus statt Spiritualismus in den Vordergrund stellt und der vom Geburtstag des Propheten Jesus, Friede sei mit ihm, getrennt ist. Weihnachten ist fürs Leben und nicht nur Weihnachten. Warum besuchen Christen nur zu Weihnachten die Kirche, während die Kirchen den Rest des Jahres überleer sind? Ich glaube nicht, dass es richtig ist, sich herauszupicken, welche Festivals man verfolgt und welche man ignoriert. Es ist wie eine ungesunde Ernährung, bei der man nur süße Lebensmittel ist und nahrhafte Lebensmittel meidet. In diesem Beispiel ist es schädlich für den physischen Körper, aber im wirklichen Leben ist es schädlich für den spirituellen Körper. Die Heilige Bibel, die der Prophet Jesus, Friede sei mit ihm, mitgebracht hat, wird nicht wirklich befolgt. Stattdessen werden jeden Tag genau die darin festgelegten Regeln gebrochen, wie zum Beispiel sich zu betrinken, Schweinefleisch zu essen und Unzucht zu treiben. Warum feiern Muslime Weihnachten? Ich war zu Weihnachten in muslimischen Häusern und habe mit eigenen Augen Muslime gesehen, die einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer hatten, ein Weihnachtsessen mit Troutan und Sprossen-Servierten und Weihnachts-Bullover trugen. Diese Muslime denken, dass sie den Geburtstag des Propheten Jesus, Friede sei mit ihm, ehren. Der Heilige Koran erwähnt den Namen des Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, 55 Mal und den Namen des Propheten Mohammed, Friede auf ihm, nur vier Mal. Warum an Weihnachten aufhören? Warum feiern Muslime nicht auch Jung Kippur, die Bali und Wesak? Warum feiern Muslime nicht die Geburtstage anderer muslimischer Propheten wie des Propheten Moses, David, Salomo, Friede sei mit ihnen? Der Islam ist ein wunderschönes Glaubensbekenntnis, das das Recht aller Religionen akzeptiert, ihre eigenen Feste zu veranstalten. Wir dürfen Karten an Anhänger anderer Religionen verschicken, dürfen aber selbst nicht daran teilnehmen. Die Heilige Bibel, King James Version, Jeremia 10, 2 So spricht der Herr, lernen Sie nicht den Weg der Heiden und erschrecken Sie nicht vor den Zeichen des Himmels, denn die Heiden erschrecken vor Ihnen. Der Heilige Koran, Kapitel 95, Vers 3 Sag, Allah hat die Wahrheit gesprochen, folgen Sie also dem Glaubensbekenntnis Abrahams, eines Hanif, und er war keiner der Politeisten. Der Heilige Koran, Kapitel 22, Vers 67 67 Wir hatten für jede Nation einen Ritus, des Gottesdienstes, festgelegt, den sie zu befolgen pflegten, lass sie also nicht mit dir darüber streiten. Und lade zu deinem Herrn ein. Tatsächlich sind sie auf einem klaren Weg. Untertitelung von ZDF und ZDF D